Mit Buba kehrt eine der Lieblingsfiguren aus How to Sell Drugs Online Fast in einem Solo-Film zurück. Kann die Figur einen eigenen Film überhaupt tragen? Und kann uns die Vorgeschichte des sympathischen Kriminellen begeistern? Die Antwort gibt es hier. Die Handlung von Buba Nach dem Unfalltod seiner Eltern hat sich Buba, gespielt von Bjarne Mäde, eines geschworen. Er hat kein Glück verdient. Seitdem ist sein Lebensziel, jeden Anflug von positiver Energie durch etwas Negatives auszugleichen. Gemeinsam mit seinem Bruder Dante, gespielt von Georg Friedrich, lebt er in den Tag hinein, überlebt durch kleine Garnoreien und sucht nach einem Sinn in seinem Leben. Als Buba jedoch seine alte Jugendliebe Jule, gespielt von Anita Wolesica, wieder trifft und sich in diese verliebt, muss er sein Konzept von Glück und Unglück überdenken. Dies löst eine Sinneskrise aus, die ihn auch tiefer in die kriminelle Welt rund um den weiblichen Gangsterboss Doro, gespielt von Maren Kreumann, zieht. Ein deutscher Cone-Film? Buba muss hoch angerechnet werden, dass der Film versucht, einen eigenen Weg einzuschlagen. Im Stile einer schwarzen Komödie, die in den besten Momenten an die Cone-Brüder erinnert, versucht der Film das Verhältnis zwischen Buba und seinem Bruder Dante zu charakterisieren. Genau diese Momente sind es, die wirklich Spaß beim Zusehen bereiten. Denn hier können die beiden Protagonisten Bjarne Mädel und Georg Friedrich ihr komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Leider ist dieses Zusammenspiel eines der seltenen Highlights von Buba. Der zu Beginn sehr gut getroffene Humor unterzieht sich mit zunehmender Laufzeit einen tonalen Wandel hin zum plumpen Slapstick. Dies mag zwar in manchen Momenten einen positiven Effekt erzielen, in der stetigen Wiederholung, könnten die Zuschauer und Zuschauerinnen sich aber auch schnell angeödet vor dem Fernseher wiederfinden. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Figur Buba vielleicht nicht so gut geschrieben sein könnte, wie noch in How to Sell Drugs Online fast vermutet. Dort funktionierte Bjarne Mädels Charakter grandios als gescheiterter Gangsterboss, von dem zwar eine Bedrohung ausgeht, eine konkrete Gefahr, aber oft durch dessen eigenes Verschulden vereitelt wird. Durch Buba wird dafür zwar eine etwas an den Haaren herbeigezogene, aber zumindest konkrete Begründung für dieses Verhalten geliefert. Das Problem ist jedoch, dass die Veranlagung von Bubas Charakter nicht dazu dient, einen ganzen Spielfilm zu tragen. Der oben genannte Slapstick, gepaart mit Bubas Eigenheiten, macht ihn zwar zu einer liebenswerten Nebenfigur, doch für eine Bindung zu den Zuschauern und Zuschauerinnen fiel in manchen Momenten einfach die Tiefe. Zu wenig Überraschungsmomente. Abseits der beiden Brüder bietet das Drehbuch noch einige Nebencharaktere, die etwas Abwechslung in die doch etwas einfache Handlung bringen sollen. Genauer sind dies ein Handlungsstrang, in dem Bubas sich in seinen Schwarm aus Teenie-Zeiten verliebt, sowie die Geschichte rund um die albanische Materialchen Doro, die eine Reihe von Gangstern befehligt. Doro dürfte den Zuschauerinnen und Zuschauern von How to Sell Drugs Online Fast bekannt sein. Dort bedrohte sie die Protagonistinnen und Protagonisten in Staffel 2. Schon dort wirkte ihre Rolle etwas zu konstruiert und auf unfreiwillige Komik ausgelegt. Diese Befürchtung bestätigt sich leider auch in Buba. Doro und ihre Schergen wirken in keinster Weise bedrohlich oder interessant. Überzeugender ist Bubas Beziehung zu Jule. Deren Figur wird gut eingeführt und Bubas Gefühle in Bezug auf sie werden für die Zuschauerinnen und Zuschauer verständlich. Jule wird zwar für den weiteren Verlauf der Handlung wichtiger, ihre Geschichte mit Buba rückt allerdings in den Hintergrund und verliert an Intensität. Mit zunehmender Dauer des Films werden die Schwächen des Drehbuchs deutlich. Zwar sind die Dialoge immer noch mit Charme geschrieben und verstecken kleine Easter Eggs, die Fans anderer Produktionen der Bild- und Tonfabrik ein Lächeln abgewinnen könnten. Viel schwerer ins Gewicht fällt hier jedoch die Unausgewogenheit der einzelnen Handlungsstränge. Diese können nicht ihr Potenzial entfalten, da Buba mit seiner kurzen Laufzeit von 90 Minuten nicht die Zeit besitzt, um die Beziehung zu intensivieren. Dies stimmt traurig, da der Kosmos rund um seine Hauptfigur eigentlich viel mehr zu erzählen hätte. Gerne hätte man die Beziehung zwischen den beiden über mehrere Folgen entwickeln können. Dann hätten auch die verschiedenen Handlungsstränge besser ineinander gegriffen. Hier bleibt der Film hinter seinen Erwartungen zurück. Unser Fazit zu Buba. Das große Problem des Films besteht darin, dass Buba keine nennenswerte Geschichte erzählt. Weder der Handlungsstrang der kriminellen Aktivitäten noch Bubas Jugendliebe sind besonders gut auserzählt. Beide Handlungsstränge wirken auf 90 Minuten komprimiert und können ihre Kraft nicht entfalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Buba nie die Erwartungen eines Publikums, welches die Figur aus der ersten Staffel How to Sell Drugs Online Fast lieben gelernt hat, erfüllen kann. Bis auf die tollen Performances von Bjarne Mädel und Georg Friedrich bietet der Film zu wenig, um Interesse wecken zu können. Persönlich ist der Film eine Enttäuschung. Dennoch könnten Fans der Originalserie ein wenig Freude an Buba finden. Daher geben wir zwei von fünf möglichen Toastscheiben.